Jawoll, Jürgen, nein, auf der Tür, anstatt dem, ah, geht es nicht mehr. Und jetzt der Schuss. Hau dir bei. Ah, gut gemacht bei diesem Tor. Uli, na, gute Balleroberung, was machen Sie draus? Ich könnte da viel, was viel Besseres machen, nämlich, ja. Ja, da kommt der Pass, aber der Verteidiger ist da. Super Pass. Jawoll. Was macht ihr da, ja? Ja, das könnte gefährlich werden, aber dann ist der Ball weg, Sie machen also viel.